Ich bin Agent Louis Salinger. Ich leite eine Gruppe bei Interpol, die sich auf die Finanzgeschäfte des organisierten Verbrechens konzentriert. Nochmal zurück. Seit circa zwei Jahren erhalten wir Informationen über illegale Aktivitäten der internationalen Geschäfts- und Kreditbank. Wir gehen davon aus, dass die Bank unter Jonas Garson für das organisierte Verbrechen zur Bank der Wahl wurde. Informationen, Waffen. Mit der richtigen Unterstützung sollte Ihnen in den nächsten Monaten ein erfolgreicher Putsch gelingen. Jeder, der je gegen diese Bank vorgegangen ist, war irgendwann tot oder verschwunden. Sie beschuldigen die weltgrößte Bank der Verschwörung und des Mordes. Ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Sie kommen dich holen. Und wenn nicht dich, dann deine Familie. Du gehst jetzt, damit ich nicht gehen muss. Es muss eine Möglichkeit geben, diese Bank zu Fall zu bringen. Dazu müssen Sie die Grenzen der Legalität überschreiten. Sie sind nicht dazu befugt, mich zu verhaften. Wer hat was von verhaften gesagt? Ich bin nicht dafür. Ich bin nicht dazu. Aber nicht注意. Geht's? Ich hab mich drauf.